Willkommen auf dem KanalDevice.de. Heute werde ich Ihnen die besten Mini-PC-Gehäuse vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Im Corsair 2000D Airflow findest du ein Gehäuse, das trotz seiner kompakten Mini-ITX-Größe enorm viel bietet. Die Kombination aus Stahl und Kunststoff sorgt für Robustheit und ein schlichtes, aber ansprechendes Design. Besonders hervorzuheben ist das ausgeklügelte Kühlsystem, das Platz für bis zu 8 120 mm Lüfter bietet, was für eine Mini-ITX-Konfiguration beeindruckend ist. Ein möglicher Nachteil könnte die eingeschränkte Größe sein, wenn du sehr große Komponenten einbauen möchtest. Trotz der Unterstützung für Grafikkarten bis zu 365 mm Länge und 165 mm hohe CPU-Kühler, könnte der Platz in einem Mini-ITX-Gehäuse für einige High-End-Konfigurationen etwas zu knapp werden. Im Vergleich zu anderen Mini-ITX-Gehäusen sticht das 2000D durch seine hohe Anpassungsfähigkeit und Kühlungsoptionen hervor. Es ermöglicht den Einbau großer Grafikkarten und mehrerer Kühlsysteme, was es von kleineren, weniger anpassungsfähigen Gehäusen abhebt. Kurz gesagt, das Corsair 2000D Airflow ist ideal für dich, wenn du einen leistungsfähigen, aber kompakten PC bauen möchtest. Seine Fähigkeit, eine beachtliche Anzahl von Lüftern und High-End-Komponenten zu unterstützen, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Gamer und Enthusiasten, die nicht viel Platz beanspruchen möchten. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezessone lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Der Fractal Design Ridge ist ein besonders schlanker und hoher Mini-ITX-Gehäuse, der perfekt in jedes Wohnambiente passt. Dank seiner minimalistischen und modernen Optik fügt er sich nahtlos in deinen Wohnbereich ein. Das Gehäuse ist auf maximale Zugänglichkeit ausgelegt, da alle Paneele abnehmbar sind, was den Einbau der Komponenten erheblich erleichtert. Ein potenzieller Nachteil könnte die beschränkte Höhe für CPU-Kühler sein, die nur bis zu 70mm zulässt. Dies könnte die Auswahl an verfügbaren Kühlern einschränken, besonders wenn du eine leistungsintensive CPU einsetzen möchtest. Der Ridge hebt sich von anderen Mini-ITX-Gehäusen durch seine Fähigkeit ab, sowohl horizontal als auch vertikal orientiert zu werden, was zusätzliche Flexibilität bei der Platzierung ermöglicht. Zudem ist das Gehäuse sehr gut belüftet und kommt bereits mit zwei 140mm PWM-Lüftern. Zusammenfassend ist der Fractal Design Ridge ideal für alle, die einen stilvollen und platzsparenden Mini-ITX-PC suchen. Er eignet sich besonders für Wohnzimmer-PCs oder Arbeitsplätze, wo Raum effizient genutzt werden muss. Das elegante Design und die hohe Anpassungsfähigkeit machen es zu einer attraktiven Wahl für PC-Bauer, die Wert auf Ästhetik und Funktionalität legen. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Das Fractal Design Terra hebt sich durch seine außergewöhnliche Materialkombination und sein kompaktes Design hervor. Die Frontplatte aus massivem Walnussholz und das Gehäuse aus anodisiertem Aluminium geben diesem Mini-ITX-Gehäuse ein elegantes und robustes Aussehen. Es ist speziell für diejenigen konzipiert, die Wert auf Ästhetik in einem kleinen Formfaktor legen. Ein möglicher Nachteil ist die begrenzte Kühlmöglichkeit mit nur einem 120mm Lüfter, was möglicherweise nicht ausreichend ist, wenn du eine besonders leistungsfähige Konfiguration planst. Auch die CPU-Kühlerhöhe ist auf 77mm begrenzt, was die Auswahl an kompatiblen Kühlsystemen einschränken könnte. Gegenüber anderen Mini-ITX-Gehäusen bietet das Terra eine einzigartige modulare Innenstruktur mit einer verschiebbaren zentralen Wand, die eine flexible Anordnung der Komponenten ermöglicht. Dieses Feature erlaubt es, den Raum optimal zu nutzen, abhängig von den Dimensionen deiner Komponenten. Zusammengefasst ist das Fractal Design Terra perfekt für Nutzer, die einen stilvollen, kompakten PC mit einer natürlichen Note suchen. Es eignet sich besonders gut für Wohnzimmer-PCs oder Arbeitsplätze, wo Design und Raumeffizienz gefragt sind. Die hochwertigen Materialien und die flexible Innenraumgestaltung machen es zu einer exzellenten Wahl für anspruchsvolle PC-Bauer. Das InWin Chopin Max ist ein Mini-ITX-Gehäuse, das durch seine kompakte und effiziente Bauweise besticht. Mit seinem schlanken Design und einer Tiefe von nur 84mm passt es perfekt auf jeden Schreibtisch und eignet sich hervorragend für kleinere Arbeitsbereiche. Trotz seiner geringen Größe bietet es Unterstützung für wesentliche Anschlüsse und eine integrierte 200Watt 80 Plus Gold-Stromversorgung, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für effiziente und kompakte PC-Bells macht. Ein möglicher Nachteil könnte die begrenzte Höhe des CPU-Kühlers sein, die nur bis zu 54mm zulässt. Dies könnte die Auswahl an Hochleistungskühlern einschränken, die in dieses Gehäuse passen. Im Vergleich zu anderen Mini-ITX-Gehäusen bietet das Chopin Max eine beeindruckende Anpassungsfähigkeit und Qualität in einem sehr kleinen Formfaktor. Die Möglichkeit, die Farbe des IO-Streifens anzupassen, ermöglicht es Benutzern, das Aussehen ihres Systems individuell zu gestalten. Abschließend ist das InWin Chopin Max ideal für Benutzer, die eine platzsparende Lösung suchen, ohne auf Leistung und Ästhetik verzichten zu müssen. Es eignet sich hervorragend für kleine Büroumgebungen oder Heimarbeitsplätze, wo Platz ein entscheidender Faktor ist. Das Silverstone Milo ML12 ist ein kompaktes und vielseitig einsetzbares Mini-ITX-Gehäuse, das sich durch seine Dual-Kammer-Konstruktion auszeichnet. Diese Struktur ermöglicht eine effiziente Trennung der Wärmequellen innerhalb des Gehäuses, was zu einer besseren thermischen Leistung beiträgt. Die Milo-Serie ist bekannt für ihre schlanken und kompakten Gehäuse, die sich ideal für Heimkino-PCs oder kleine Arbeitsstationen eignet. Ein potenzieller Nachteil dieses Modells könnte die begrenzte Unterstützung für große Komponenten sein, insbesondere wenn man bedenkt, dass es nur Raum für eine 80mm Lüfterinstallation bietet. Dies könnte die Kühlleistung in sehr leistungsstarken Builds einschränken. Im Vergleich zu anderen Mini-ITX-Gehäusen hebt sich das Milo ML12 durch sein einzigartiges Dual-Kammer-Design ab, das eine bessere Wärmeabfuhr ermöglicht. Es unterstützt sowohl ATX- als auch SFX-L-Netzteile, was eine flexible Stromversorgungsoption bietet. Die Möglichkeit, die vordere Abdeckung zu entfernen und zusätzliche Laufwerke zu montieren, bietet zusätzlichen Raum für Erweiterung. Zusammenfassend ist das Silverstone Milo ML12 eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die ein kompaktes und stilvolles Mini-ITX-Gehäuse suchen, das für eine Vielzahl von Anwendungen, von Gaming bis hin zu professionellen Arbeitsstationen geeignet ist. Der Jonspo V11 ist ein Mini-ITX-Gehäuse, das sich durch seine Dual-Orientierung auszeichnet, da es sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden kann. Dies bietet Flexibilität in der Aufstellung und passt sich verschiedenen Platzverhältnissen an. Das Gehäuse verfügt über eine robuste Konstruktion mit einer Außenschale aus Aluminium und einer Innenstruktur aus Stahl, was sowohl für Ästhetik als auch für Langlebigkeit sorgt. Ein potenzieller Nachteil könnte die Einschränkung bei der CPU-Kühlerhöhe auf 70mm sein, was die Auswahl an verfügbaren Kühllösungen begrenzen könnte, besonders wenn leistungsstarke Prozessoren eingesetzt werden sollen. Im Vergleich zu anderen Mini-ITX-Gehäusen bietet der Jonspo durch seine flexible Orientierung und das elegante Design eine einzigartige Option für Anwender, die Wert auf Ästhetik und Anpassungsfähigkeit legen. Der Gehäuseaufbau unterstützt effektive Kühlungsoptionen und die Verwendung hochwertiger Komponenten auch in einem kompakten Format. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jonspo V11 für Enthusiasten geeignet ist, die ein kleines, aber leistungsfähiges System aufbauen möchten. Es ist ideal für solche, die Wert auf Ästhetik und kompakte Bauweise legen, ohne auf hohe Leistung verzichten zu wollen. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!